Ja klar, keine Frage, super hier, tolles Haus und super sauber und hier mit den Hygienemaßnahmen, genau und alles bestens, also da findet man keinen Staubkorn, kein nix, also alles bestens, also besser geht es ja nicht, also denke ich mir mal. Ganz wichtig, Zahngesundheit ist ganz wichtig, a, Essen, b, Ausstrahlung und Sprechen und Essen und überhaupt Wohlfühlen und Zähne krank, Körper krank, also das geht einfach nicht, also das ist eben A und O. Ja also dadurch, dass Dental Prime in Europa Spitzenplatz hat oder den ersten Platz hat, also bessere Behandlung geht nicht.